Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Series Sam 4. Wir haben ein Fan beglückt, wir haben Monster erledigt. Weiter geht's. Das Kolosseum. So, erzähl doch mal was. Ich bin sicher, dass er weiß, worüber er spricht, also pay attention. Alles klar. Die Generosität der Kolosseum ist bezweiflich. Zurück auf deinen Planeten, um es zu erleben. Du bekommst einen Kolosseum und du bekommst einen Kolosseum. Jeder bekommt einen Kolosseum. Gehe, Kolosseum und du bekommst einen Kolosseum. Cool, cool. Sanst du noch irgendwas? So gut, gut. Da nehmen wir uns mal das Zeug hier noch mit. Vielen Dank. Hi. 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 Ja, das ist halt jetzt gerade ein bisschen unpraktisch. Wie gesagt, wenn man nichts zum Ausweichen hat, sind die Viecher echt ätzend. Und ich habe halt echt wenig Granaten. Da mangelt es doch schon gerade sehr dran. Ich will das, glaube ich, deutlich einfacher machen. Oh, ich nehme halt die von der Shotgun. Ah, beziehungsweise Auto-Shotgun. Die dürfte sich ja doch, glaube ich, gut machen. Ich meine, man kriegt es halt ein paar, aber es ist zu wenig. Okay. Ich glaube, dann bannen wir erstmal die Granaten weg. Dann wird gewechselt. Lebensenergie. Leider nicht. Aber das ging besser. Okay. Sollte man doch auf die Sachen achten, die an mir hingeschmissen werden. Genau, das war schon mal viel wert. Da geht es dann rein. Ich schau erst mal außen rum. Da ist doch bestimmt irgendwas versteckt oder so. Hoffe ich doch mal, dass sich der Weg lohnt. Hm. Hi. Deswegen sind die Dinger also da. Noch jemand? Jo. Okay. Vielen Dank. Das war dann auch nicht so verkehrt. Äh, ah ja. Auch lange keine Kassette mehr gefunden. Das ist Bill Corwin. Das ist Bill Corwin. Bringing you Memories of Earth. Hier ist ein anderes Message von einem unserer Listener. Recordet heute. Das war früher heute. Ich bin auf dem Bordern zwischen Texas und Mexiko. Ich muss sagen, wir hatten die beste food. Good Texan beef. Hot Mexican Spices. Ain't nothin' like that to make you praise the Lord and cry for your mama when you're sittin' on the porcelain throne. Hier ist das eine joint called Fabio's. Ich gehe da mit meinen Freunden, habe 10 beers, 5 Tostadas, 2 Lines of Blow off a stripper's ass. Wake up in a ditch. Actually, uh, I don't miss that part. The stripper was nice, though. Carmelina. She died in the siege of Mexico City. Takin' down aliens with that little shotgun of hers. I named my machete after that girl. Oh, man. You know what I'm sayin'? I, I sure do, Mr. Rodriguez. Yes, here's to spicy food and spicy women. Genau. So, bedienen wir uns. Dann haben wir, glaube ich, echt alles eingesammelt, was zu finden war. Ab ins Kollision. Was hier auch wieder für einen Bosskampf anbietet. Well, well, well. The mighty hero has reached the grand arena to fight before the ruler of the land. Most appropriate, don't you think? A dramatic setting for the hero's final confrontation with reality. Is that what you call my fist meeting your face? You see, that attitude is what makes conquering your planet so amusing. Your unwavering belief in the triumph of the underdog. I want to see that confidence break. You done talking, jackass? No, I'm only just getting started. Na dann. Oh, hier schon wieder. Inneres Damage. Inneres Damage. ... ... Okay. Werden nicht weniger. Das stimmt allerdings, ähm, ich hab zu wenig Granaten. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Lebensenergie. Ich möchte Lebensenergie. Danke. Hm. Ja, wie gesagt, gleichzeitig Luft und Boden anzugehen, ist halt nicht gut. Hm. Na, wenn wir dich halt schnell erledigen, sollte das etwas besser gehen. So lange noch keine Pferde da sind? Jetzt sind die Pferde da. Ich hasse diese verdammten Pferde. Ihr macht viel zu viel Schaden. Ach Gott. Papa, du lebst noch? Ich bräuchte viel mehr Leben und viel mehr Platz. Und viel mehr Granaten. Mit Granaten wäre das so viel besser. Und so viel einfacher. Wieso gibt mir denn hier keine Granaten? Danke. Okay. Du kannst tatsächlich gewonnen werden. Schön, ne? Dann wird das jetzt bestimmt ein guter Lauf. Hier macht halt auch verhältnismäßig viel Schaden, ne? Wie lange sind die Pferde da aus? Wie lange dauert dort, Sam? Wie lange dauert eine Pferde auf dem gesamten Planeten? So, man hört es nur wieder klappern. Okay, ich glaube, ich habe es jetzt einigermaßen. Gut, gut, gut. How many people have fought and died on this spot? How many human empires have come and gone? Conquest is inevitable, Sam. Na, toll. Gut, ich hoffe, da ist es gespeichert worden. Ja, wie gesagt, du wirst halt einfach komplett von allen Seiten weggeballert. Das macht richtig viel Spaß. Wie gesagt, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe es gespeichert worden. Ja, lauf, 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 lauf. Ja, ich glaube, 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 ich glaube Mehr leben sie eigentlich, bitte. Oh Mann. Ist echt zu viel. So, könnte es gehen. Ich hätte halt auch noch das schwarze Loch. Zu viel Notfall. Aber ich glaube, die Autoshowgun ist hier gerade das Beste, was ich dauerkriegen kann. Außer ich bleibe bei dem Motto wieder hängen. Lauf schneller. Das würde aber nicht das Letzte gewesen sein. Okay. Lasst mich mal kurz in Ruhe, ich muss zieren. Komm, wir haben ihn. Wir haben ihn nicht. Oh, nein, ist ein Leere geworden. Ja. Okay. Okay, das gehe ich in der nächsten Folge einfach nochmal an. Jetzt ist es mir gerade ein bisschen zu viel. Ich muss auch ganz dringend weg. Von daher werde ich mir das nicht mehr allzu viel reißen. Ich blande mich trotzdem fürs Zuschauen. Irgendwann kriegen wir das hin. Wird halt wahrscheinlich viel Anläufe brauchen. Und meine Geduld schwindet dann halt immer mehr. Aber irgendwann wird das passen. Bis dahin. Macht's gut. Dankeschön. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.